Blatteswelle. Bastian Benders Weihnachtsgeschenke für Männer. 25 Euro hat Sebastian Schnerpel aus dem Morgen-Team ausgegeben, um Plastik-Geld zu kaufen. Ja, großartiges Gerät. Das gehört zu diesem Ding. Was haben wir hier? Das ist so eine kleine Maschine, wie man es von Flohmärkten kennt. Ja. Da könntest du normalerweise Stofftiere dabei rausgreifen, wenn du gut bist. Das ist natürlich aber die kleinste Variante. Das geht mit Süßigkeiten. Wir haben es vorher schon mal gefüllt. Und jetzt ist es deine Aufgabe, innerhalb von einer Minute da so viel wie möglich rauszuholen. Das heißt, einfach einen Plastik-Pfennig? Genau, einen Plastik-Pfennig eine Minute. Fährt schon runter, ey. Lassen wir es erst mal liegen. Und jetzt geht dann die Musik an und ich muss mit diesem Greifarm die Süßigkeiten rausholen. Du holst so viel, wie du schaffst. Ich bin sehr gut in so Sachen. Ich hatte mal Urlaub in England und bin da quasi das Wochenende auf dem Pier gewesen. Die ganze Zeit, das geht nicht. Schiebst mit einer anderen Münze nach. Geht auch nicht. Wir haben ja genug. Was ist denn hier los? Irgendwann geht die Musik an und dann läuft's. Ja, jetzt! Oh mein Gott! Äh, nach rechts. Okay, nach unten und dann greift er automatisch, ne? Er greift ganz automatisch nach unten. Ja, nee. Er ist doch schon mal... Ich dachte, er greift. Hast du da nicht einen Hebel für den Greifer? Nee. Es gibt... Das ist vor, zurück. Das ist Seite. Und da geht's los, siehste. So, und jetzt nochmal mit Gefühl und Kontrolle. Ich will den großen Keks haben. Ja, das war mir klar. Der größte Süßigkeit wieder für den Morgenmoderator. Und, und, und... Ah! Okay, noch ein Stück zurück. Beim nächsten Mal. Jetzt. Jetzt müsstest du's. Vielleicht ist der Keks auch hier eine Schikane und in Wahrheit... Das ist wie mit den großen Kuschel hier. Was ist denn das wieder für ein billig Mist? Das ist fast so wie das Auto, das du... Aber jetzt wird's langsam eng. Merkst du, die Musik wird schneller? Ich werde auch ein bisschen kanisch gerade. Ja. Du musst vor allen Dingen auch die Greifer aufmachen. Jetzt greif halt doch mal, Mann! Tja, da geht wo einer leer aus. Ja, 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 oh! Ja! Hahaha, ich hab was! Immerhin eins. Super, ja, dann viel Spaß weiter.